Jo Leute, Zockkommas HD ist am Start und heute zocken wir mal wieder... Wie heißt es so schön? Teche World 2... Scheiße! WTF? WTF? Nee! Jetzt sind meine Items weg! Shit! Was ist das denn? Was war das? Alter, jetzt habe ich kein Lied mehr! Doch! Leute! Der Jetpack ist explodiert! Junge! Alter! Wie hardcore das war! Oh ne! Jetzt ist es mal... Ah fuck, alter! So alles scheiße! Aber warum droppen meine Sachen nicht? Das finde ich irgendwie komisch! Schreib es mir mal in die Kommentare! Weil ich habe das öfters, wenn ich sterbe, bekomme ich meine Items nicht! Also... Die verschwinden direkt, wenn ich tot bin und ist alles weg! Ich will, dass aber die Items bleiben! Wenn ich sterbe, sollen die liegen bleiben! Aber das geht ja nicht! So! Alter! Warum explodiert der Jackpad, ey! Boah! Halla, die Waldpferde! Habe ich Klaus tun? Habe ich Klaus tun? Ne, habe ich nicht! So ein Kack! So ein Kack! Jetzt habe ich kein Klaus tun mehr! Ne, Klaus tun habe ich nicht! Ähm, warte, dann tue ich das mal rein! Und das auch! Dann gehen wir gerade mal auf Klaus tun suche! Alter! Was war das, Alter! Schreibt es mal in den Kommentaren, warum der Jackpad explodiert ist! Knallhart ist er explodiert! Alter! Junge, das leckt so hart, wenn die Zombies hier sind! Ach, schon viel besser, Alter! So, Stein habe ich auch dabei! Wow! Was für ein fetter Ruckler! Hallo! Warte, das nehme ich dann gerade mal nicht! Nähter Quarz! Ach, das habe ich doch schon so aus! Ach, deswegen! Ich habe eben schon gedacht! Ach, Klaus, dann habe ich doch eh! Das war ja nur, habe ich nähter Dinger gefarmt! Ist er darunter jetzt Läufer? Okay, dich doch nicht so hart! Ich hoffe, das reicht jetzt mit dem... Stein! Ich falle gleich eh gleich runter! Ich habe gerade schöne 30 FPS! Dann rutscht du schön auf 1 FPS! Und jetzt wieder 1 FPS! 1 FPS! Da ist 30! Und da sind wir doch schon! Jo! Gleichfalls, wenn ich runter bin, bin wieder tot! Glückwunsch! Aber ist man so schnell explodiert, Alter! Das kann mir nicht ganz glauben! Okay, das ist echt schön viel, Klaus, Turm! Was hier abgeht! So! Das landet jetzt schön alles unten! Pfff! Pfff! Hallo, ich habe eine Eisenspitzhacke! Warum dauert das so lange? So, jetzt liegt unten schön alles voll! Ja! Gleich bin ich wieder tot! Ich sage es euch! Gleich sterbe ich! Dann backt es! Dann fliege ich runter! Bin tot! In sind tot! Oder ich fliege in die Lava! Kann alles sein! Oder ich fliege gleich! Guck, wenn ich ein bisschen gehe! Wenn ich ganz kurz mal ein bisschen gehe! Dann ist vorbei! Mein PC schafft das, glaube ich, alles gar nicht! Hier mit den sehr vielen Mods! Alter! Aber wenn ich eine längere Zeit spiele! Und dabei aufnehme! Dann... geht das irgendwie! Uh! Junge! Wie viel Closern habe ich denn jetzt? Ja! Aua! Mann! Das nervt aber jetzt auch mal richtig hart mit dem Ruckeln! Boah! Komm, ab nach raus! Nein, ich bin nicht wieder zurück! Ach! Wo bin ich? Guck mal, wie ich es leckt! Alter! Ich habe die ganze Zeit nur ein FPS! Oh nein! FPS! Nee, da ein FPS! Gleich kackt der Server ab, ey! Geil! Mein Tod! Mein Tod! Oh! Da sind ja die ganzen Sachen! Digga! Meine Sachen! Ist das geil! Oh! Ich dachte, die wären immer weg! Ich dachte, die wären immer weg! Gott! Danke dafür! Danke dafür! Danke! 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 Alter! Junge, habe ich mich gerade so hart erschreckt, ne? Oh mein Gott! Ich habe meine Sachen wieder! Ich habe alles wieder! Alles! Oh! Ist das schön! Ist das schön! So wunderschön! Dass ich wieder meine Items hoffe! Pebble tue ich auch mal dabei! Jetzt leckt es aber übel hart! So! Dann vielleicht da hin! Das da hin! So! So! Das ist ein Crafting! Und die Bad Box brauche ich nicht! Den tue ich mal da hin! So! So! Was brauche ich jetzt für hier den Jackpad? Ähm! Okay! Da brauche ich erstmal Iron-Platten! Das mache ich jetzt mal schnell! Ach man! Ich hasse das, wenn es so ruckelt! Bitte schreibt das in die Kommentare, was da dran falsch ist! Weil ich ändern muss oder so! Vielleicht auch irgendwas in den Einstellungen oder so! Ich weiß selber nicht! Was da schief ist! Warte! So! Noch einen! So! Dann brauche ich... Ähm! Das da! Dann brauche ich hier das! Und... Ah! Geht auch... Ne! Reifenplatte! Copper-Cable! Copper! Ich brauche Copper! 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 Da ist Copper! Dann brauche ich noch Wettstil! Und da brauche ich die Stil! Und da brauche ich die Stil! Vielleicht auch mehr davon! So! Ach komm, Alter! Hör mal auf, bitte zu ruckeln! Das ist doch... Mann! Ich träge mich immer so auf! So! Ne, erstmal muss ich ja die Platten machen! Nicht so viel, weil ich ja nicht so viel davon habe! Na doch, ich glaube, ich muss mehr machen! Komm, dann spare ich nochmal zwei weg! So! Schere! Copper-Cable! Ah, ich muss ja auch acht haben! So! Dann einmal das da! Dann einmal das da! Dann einmal so! So! Ähm! Dim Dim! Das habe ich auch! Dann einmal dieses! Warte mal! Circus brauche ich! Lapis Lazuli! Wollte ich gleich noch holen! Ich hoffe, ich habe Lapis! Ja, glaube ich schon! So! Und so! Lapis, Lapis, da ist Lapis! Gott sei Dank verliere ich nicht meine Level! Da sind wir richtig nice! So! Okay! Das habe ich dann auch! So! Den Jackpad! Das mache ich gerade noch schnell in dieser Folge! Und dann ist die Folge schon wieder vorbei! Leute! So! So! Da haben wir den! Den kann ich jetzt eigentlich... Na gut! Das mache ich dann in der nächsten Folge! was ich machen will! Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder! Bis dahin. Tschüss.